Servus YouTube und herzlich Willkommen bei einem weiteren Chewing Together at Monster Hunter 3 Ultimate. Das letzte Mal haben wir den Brachidius, das Flagship-Monster von dem jetzigen Monster Hunter gemacht. Und so lange bis ich mir auch endlich so einen schönen dicken Knüppel machen konnte. Mit Schleim besudelt. Und damit werden wir jetzt aus dem Zinogre, einem Donnerviech, schön das Leben ausprügeln. Oh ja. Los geht's. Genau, Daniel nimmt noch schnell die Quest an und jetzt sind wir auch schon fertig zum Starten. Ich checke nur kurz, ob ich wirklich jetzt alles habe. Das wird schon genau. Seid ihr beide fertig? Jo. Und bevor. Los geht's. Ungebetener Gast. Ja. Ja. Ja, sie hat keine Einladung. Nein. Sie hat sich einfach so eingeschlichen. Oh nein. Oh ja. Ah, da ist er ja. Perfekt. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Ja, das wird ein Schleim. Kritik. Oh, oh. Schleimert, Macke. Jetzt nicht. Das juckt dich gar nicht, oder Junior? So. Ja. Oh, 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 oh... Das schafft er nicht, das schafft er nicht. Nein, schafft er nicht! Ah, da ist der Daniel auch mit seinem Schleim. Schleim mich nicht mehr so richtig schön fortnackt. Nein, lass mich, lass mich! Autschi! Ha! Schön! Was, jetzt schon wieder? Äh, jetzt, vom Rücken? Wollte auch grad sagen. Ah, ich hab grad aufgewandt. Sorry! Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Ja, das kannst du jetzt... Ich sterbe! Boah, das war so urknapp bei mir. Nein! Halt's! Du Mauligen! Oh, hat's getroffen! Der ist voll rein in meine Attacke. Wunderschön. So, du weißt, dass du da... Na, ich hab gesagt, du bleibst da! Bleiben sie hier! Komm schon, komm schon! Nein, nein, nein! Das schafft er nicht. Das schafft er nicht! Kein Super Saiyan! Oh, oh! Nein, kein Super Saiyan! Noch nicht. Du weißt, wie lange es dauert! Das nicht! Nein! Ich hab mich getroffen! Okay, das geht, das geht, das geht, das geht! Und, bitte einmal! Ah! Nein, ich weiß... Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn getroffen hatte, wenn ich... Nein! Oh! Okay, jetzt müssen wir weg bleiben! Jetzt... Jetzt... Ja! Ja! Super Saiyan! Und Josiah-Chin! ... Schip... Get... ...serious! Wo ist er? Ah, da ist er. Hier! Eine schöne Pirette! Ist er bisher eigentlich noch nicht explodiert? Kann das sein? Ähm, doch einmal! Einmal? Ja, okay. Angst, Angst, Angst! Bleib stehen! Der Schleim an unseren Waffen funktioniert fast genauso wie der Schleim von Bratillos selber. Jetzt aber! Genau. Wenn er grün ist, dann ist es noch nicht so... Ah, verdammt! Ich wollte eigentlich kill verdammeln von seinem Rücken, aber dann habe ich die falsche Taste gedrückt. A und Y sind nicht die gleichen Buchstaben, kleine Kinder. So, ich muss mir jetzt erstmal den Hammer eingehen. Ich bin eigentlich nicht so der Hammer-User. Also, ich bin der Hammer, aber ich bin nicht so der Hammer-User. Also, der Hammer-User, aber ich benutze den Hammer nicht so oft. Oh, das war so knapp bei mir gerade. Vorsicht! Das macht er nicht! Nicht bei mir! Boah! Nice! Was soll er doch mal hier aufhören? Boomchakka! Hat was fallen lassen? Ja. Was ehrlich? Ja, shiny Drop-User. Oh, oh, ja, hier. Direkt vorhin wieder. Das geht! Das geht! Nein! Sag mal, Leute! Nie im Leben! Deine Mama! Ist bestimmt eine Steckdose! Und da hinten kommt Ratia. Was ehrlich? Ja! Nein! Oh, okay! Nicht gut! Wie von Trönen! Stimmt, es ist da. Deine Mama! Lass mich! Kein... Boom! Ah, sehr schön! Danke, Jungs! Ich bin jetzt den verdammten... Sie hat es ja nicht gesehen. Doch, jetzt hat sie ihn. Ja! Boomchakka! Aber sie kommt doch her! Lass mich! Jetzt macht er gleich seine Verwandlung! Ja! Ja! Vierwacher Ultrasation! Oh Gott! Sorry! Nicht so toll! Aber es ist mit dem Hammer halt irgendwie... Ja! Ja! Ah, da kam Ratian! Okay! Ja, und die vergiftet halt! Oh, jetzt haben wir kein Gegenwiff! Oh, oh! Oh, oh! Ich stehe da hinten grad ganz blöd! Ich glaube, ich bin verwirrt! Bin ich hier grad? Ich bin verwirrt! Lass mich raus da! Ich komm nicht! Ich sterbe! Ich sterbe! Oh! Ich war so kurz davor, dass er mich vergiftet hat! Und er überrennt mich jetzt! Ah! Ich bin hier raus! Das war eine unnötige Action! Okay, ich geh mal auf Ratham! Ich hab doch gesagt, wir sollen lieber Sims spielen! Ja, das... Was für Ding? Sims! Sims! Okay, jetzt ist hoffentlich... Ah, ich trinke ja auch normale Tränke! Ich hab mir schon gedacht! Was ist denn bei mir los? So, Ratham ist gleich im Arsch! Das ist gleich im Arsch! Ich mach's im Arsch! Ich mach's im Arsch! Oh, oh! Sehr geschwiegen! Ja, und er hat mich weggefetzt! Oh, Mann! Oh, Mann! Okay! Okay! Ist das hier? Oh! Da ist das hier! Puh! Lass! Alter! Da hat's irgendwie nicht so lustig, ne? Jetzt bin ich verwirrt und jetzt bin ich gleich tot! Wie wollen's? Okay! Oh, Mist! Das hatte ich mir nicht leben! Eeeeeee! Eeeeeee! Recht drauf! Ich schau euch mal ein bisschen zu! Rathian... Ach, machst du das? Blöd! Komm, Mann! Dani hast du es mitbekommen? Was? Michael Schultz nur noch zu! Achso! Ja! Ja! Ah, 10-0 oder? Machen wir die Rathian fertig? Die ist aufrechtlich! Ach, ich will die Rathian erstmal fachmachen! Ich mein, die geht schnell! Ja, dann machen wir Rathian jetzt erst jetzt! Okay! Wo ist die denn? Ich hab überhaupt keine A. Wahrscheinlich zu 2, oder? Ja, runter! Theoretisch! Nicht im Süden! Hey! Ab in den Süden! Ich bring euch um! Gar nicht mehr! Wir bringen Rathian um! Nein! Was für eine Begrüßung! Niemals! Mal schön! Nein! Du fliegst jetzt nicht hoch, du dumme... Was geht sich aus?! Hab ich denn getroffen? Ich glaube auch nicht! Alter, das war so... Steck sie nochmal hoch, dann glaube ich... Achtung! PENETRIERCH DEIN VERDAMMTEN HUNTER! Rrrr! Vergiftet! Oh, 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 oh! Da ist wie jemand sauer! Kleine Rathian! Kleine Rathian! Bist du sauer! Boom, Chaka! So! Oh, Felix, der sitzt! Der sitzt so hart! Schön! Okay! Boom, boom, boom! Was war hier? Ich komme! Oh! Oh, Tom! Die wenden wir auch nicht! Okay! So, das geht doch so schön! Lass das! Lass das! Lass das! Das schafft sie! Die dreht sich! Ah! Ja! Ja! Ich räche dich, Felix! Oh, es wird nicht wegkommen! Aua! Meine Ohren! Meine Ohren! Ja! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Ja, ich hab dich schon gerettet! Ich hab dich schon gerettet! Oh! Na komm schon! Du kannst mich mal nachzieren! Abol! Yes! Von den beiden her! Ja! Jetzt kann ich... Da, 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 da! Jetzt? Ich glaub, ja, explodiert oder? Ja! Ah, der Schwanz hat per gar... Vorsichtig! auch hier weil es auch nicht mehr das Wächeln also das ist doch das was er so sehr gut aus erlaubt sind er kommt von der gerade und steuers dort ist das Zinnoge, oder? ZINNOGE KLOPPEN! Ja, jetzt kommt halt den Haft. Zehn Kopf. Sein Kopf. Oh, sein Kopf! Sein Kopf! Sein Kopf ist glaube ich schon ganz verpottet. Oh sorry, Dani. Oh sorry Felix! Oh, komm mal! Oh, komm mal! Oh... Ja, das hat er gesehen. Felix hat das nicht getroffen. Alter, sei nicht so arschcool! Und geh nicht einfach weg. Ja. Darauf werde ich erst mal vom Sacken gehen. Oh oh. Oh oh. Ich hör mir den Chanty doch. Nein! Lass mich doch an deinem Wünsch, Franz vorbei. Chanty? Hallo! Er ist weg. Nein, der liegt doch. Das war krass. Ein normaler Lieferantrain ist ich denn damit. Ja. Ich bin in Hammern so unbegabt. Jetzt rank ich nochmal. Ah, ihr machen. Fertig. Ich brauche. Oh nein, Felix! Ja, wenn du mir halt auch mitten reinläufst. Weißt du? Jetzt habe ich keine Käfer bekommen. Ich bin doch Käfer. Auf. Boom Chaka! Boom Chaka! So. Ich gehe jetzt mitten auf seinen Bauch. Gefällt dir das, ha? Gefällt dir das? Man! Ich bin so weit weg, ich komme bis hinterher. Uiuiuiui. Das war ich noch. Sorry! Achso, ich habe mich nicht gedacht. Hallo, ich will. Ah, jetzt wird's noch. Das wird noch. Ja, ich. Lank you. Ach komm. NIE! Ach komm. Hau mal ab. Jetzt erwarte ich hin. Jetzt erwarte ich hin. Ja, ich. Schufe. Zieh! Lass mich! Komm schon! Nein! Ich hätte ihn... Jawohl! Sehr gut! Cutting Damage! Das ist mal was Feines hier. Oh ja, mit mir auch. Aber hallo! Ich glaube, der Humpel geht schon weg. Ja, doch. Ich glaube, das ist sein Humpel laut. Wollen wir noch Rathian suchen? Schauen wir einfach mal. Wenn sie beide in den nächsten Error sind, dann gehen wir jetzt mal auf Rathian drauf. Der hat mir Zeigerzeit noch auf 10. Geht schon. Und geht schon. So will ich das? Was? No. 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 No! 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 Ah, verdammt. Verfehlend. Nein! Du Depp! Nein. Nicht deine Schuld. Aber unpraktisch. Du Depp! Ja, wei! Bis den Depp hat nicht mehr irgendwo gebt. Ja, schon. Du Depp! Ja! Du Depp! Du Depp! Du Depp! Wunderschön! Nicht gekauft! So, aber jetzt muss ich ihm schwätzen. Meine Waffle! Meine Waffle! Ich schwätze meine Waffle! Wundervoll! Alter, dieser Blast Damage ist ziemlich hart hier, oder? Ja! Das war so was von ich. Du standest doch als Einziger da! So, jetzt machen wir noch Arten. Arming! Ja! In einem. Ja! Das war so was von ich. Du standest doch als Einziger da! Ja! Ja! So, jetzt machen wir noch Arten. Arming! In einem. Und dann machen wir noch Arten. Ja! 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 Wollen wir noch ein paar Kombo machen? Ähm... Die Kombo ist Elfen... Nein! Nein! Ja! Ja! Unheil ist Giginox! Oh ja! Oh ja! Shit gets serious! So! Gut! Was habe ich denn bekommen? Äh! Zum Rückenpanzer! Klaue plus! Ah! Runtergerutscht! Reißzahnen! Elektrofälle! Irgendwas! 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 Und ein... Ja! 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 Das heißt, wenn wir da ein bisschen draufklappen, dann bekommen wir da auch was! Ja! Das ist ja neisig! Neisig! Scheissig! Ja! 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 Ich habe ihn ja auch gesiegt, ja. Im Alleingang, gewissermaßen. Den letzten Schlag hast du gemacht, wenn ich mich davor mit meinem fetten Knüppel hier die ganze Zeit drauf geknüppelt hätte. Also YouTube, danke fürs Zuschauen. Schaut auf unsere Website vorbei, liked uns auf Facebook. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir uns den... Was wollten wir sagen? Das nächste Mal machen wir Barrios, oder? Okay, dann machen wir das nächste Mal Barrios. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Barrios. Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss und Servus.